Leute, 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 was geht denn gerade in der Welt eigentlich ab? Was geht da vor sich? In Deutschland totales Chaos. In Amerika wird Trump wieder gewählt. Was soll das Ganze? In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Was leben wir eigentlich? Das ist irgendwie nicht das, was man uns versprochen hatte, als wir noch jünger waren. Herzlich willkommen nach Mexiko. Mein Name ist Thomas, falls das erste Mal ist, dass du mich siehst. Beim letzten Video, ich hatte über 1500 Aufrufe. Vielen Dank dafür. Ich bin überrascht. Falls du möchtest, trag dich gern für mein Newsletter ein. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn dieser ganze, ich mache mir gerade Kaffee hier, was soll denn dieser ganze Chaos, was soll denn diese ganze Unruhe, alles, was wir gerade erleben? Ich habe das Gefühl seit, ich weiß es nicht, zehn Jahren, zehn Jahren ungefähr, 2014, 2015, ich denke, das kommt hin, leben wir, erleben wir in Deutschland, das die meisten irgendwie nicht mehr kennen, nicht mehr erkennen, nicht mehr wiedererkennen oder auch nicht wirklich so richtig wahrhaben wollen. Und dann gibt es da auf der einen Seite die Leute, die ein bisschen anti sind, was da gerade so in der Regierung passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt rechts ist, dass man mir keine falschen Wörter hier in den Mund nimmt. Und andererseits, es ist interessant, weil es wird überall anders gewählt. Hier in Mexiko nennt man diese Leute nicht rechts, man nennt sie konservativ. Interessanter Punkt. Und andererseits gibt es diese linksliberalen, grünen, gerechten, freiheitsliebenden, offenen Leute, die alles nur mit, weiß ich nicht, Luft und Liebe bezahlen wollen und eigentlich gar nicht nur oder maximal vier, drei, vier Tage die Woche arbeiten wollen. Aber was geht gerade in Deutschland eigentlich ab? Ich habe so viele Gespräche in letzter Zeit geführt und alle sagen, die Leute sind traurig, sind unglücklich. Die Leute laufen vor sich hin wie Hühner ohne Kopf. Alle sind in sich gekehrt, alle sind egoistisch, alle denken nur noch an sich. Es gibt überhaupt kein Lächeln mehr. Leute haben gesagt, ich habe das Lächeln verlernt. Das sind Zitate, was Leute mir aus Deutschland sagen. Das ist nicht etwas, was ich mir ausdenke. Woher kommt dieses ganze Chaos? Was passiert eigentlich gerade? Und ja, auf der einen Seite natürlich haben wir mega Chaos. Ich denke nicht nur in Deutschland, ich denke in komplett Europa. Ich denke in vielleicht der ganzen Welt oder sagen wir in der westlichen Welt, in der liberalen, modernen Welt, wo Leute heute oder seit vielen Jahren irgendwie amerikanischen Einfluss haben. Einfach nur, ich sage amerikanischen Einfluss, weil wir das generell als erste Welt bezeichnen. Dann gibt es die Entwicklungsländer, dann gibt es die zweite Welt, die Schwellenstaaten, wie auch immer. Und relativ interessant, das Ganze, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, zu beobachten. Ich meine, ich selber lebe ja in Mexiko. Ich sehe, wie es hier abgeht. Ich sehe, dass das Leben teilweise teurer ist als in Deutschland. Man mag es gar nicht glauben. Es ist halt einfach anders. Aber wir leben in Zeiten von Chaos und irgendwie hat man das Gefühl, überall gibt es einen gewissen Rechtsruck. So nennt man das ja in Deutschland, weil alles, was von links aus gesehen ein bisschen in der Mitte ist, ist ja rechts. Aber ich habe das schon in den vorherigen Videos irgendwie so ein bisschen erwähnt. Was ist irgendwie so der Stein, der Fels in diesem ganzen Sturm? Woran können wir eigentlich festhalten, wenn wir nicht wissen, was wir eigentlich machen sollen? Und die meisten Leute sind ja total ratlos. Du siehst, wie in Deutschland, in Europa die komplette Wirtschaft voll gegen die Wand gefahren wird. Ja, und dann will einer noch Kanzler werden. Und was soll der Quatsch? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute mit 16 anfangen, in die Politik zu gehen, weil sie denken, da verdient man sicheres Geld. Dann sind sie in der Politik. Dann kriegen sie nichts hin. Und meinen dann noch, sie hätten recht. Und dann, weiß ich nicht, gibt es da Leute aus der Wirtschaft, die sehen, wie es funktioniert, die wissen, wie es funktioniert, die Ahnung haben, die Weitsicht haben, die Verständnis haben. Und dann hat jemand gute Ideen und der wird weggemacht. Der wird einfach nur zugrunde gemacht, weil es nicht dem Narrativ entspricht, weil es nicht der Agenda entspricht. Ich weiß es nicht. Und irgendwie siehst du, wie das Ganze so vor die Wand gefahren wird. Und die Leute sind müde und wählen dem Narrativ entsprechend unpopuläre Politiker. Ich denke, das kann man sehr, sehr gut so sagen. Sei es in Italien, sei es in Holland, sei es in Amerika, sei es in El Salvador, sei es in Argentinien. Und überall, wo die Leute die Schnauze voll hatten von Inflation, von teurem Leben, von Ungerechtigkeit und so weiter, haben sie rechts gewählt. Und jetzt auf einmal haben Leute in Deutschland mega Angst vor einer gewissen Partei, die der Farbe entspricht, der ich gerade entgegen sehe. Was können wir vor diesem Chaos, was können wir davor tun? Und es ist ein Stress, der entsteht. Ein Stress, der, ist der Kaffee endlich fertig? Ein Stress, der einfach da ist, den Leute, Hörst du das? Dem Leute irgendwie entgehen wollen. Die Leute wollen einfach nur noch irgendwie bequem leben. Aber irgendwie kann man sich das Leben heutzutage nicht mehr so erlauben, wie es vorher war. Ich meine, ich kenne es ja von meinen Eltern, als ich Kind war. Wir konnten uns nicht viel erlauben. Das ging einfach nicht so. Mein Vater arbeitete dann 20, 30 Jahre, bis dann endlich ein gewisser Lebensstandard war. Aber da waren wir schon groß. So, da war ich schon aus dem Haus. Meine Schwester, meine kleinere Schwester war dann noch zu Hause. Sie konnte dann ein bisschen was davon haben, aber bei uns nicht. Und jetzt auf einmal ist mein Vater gestorben, meine Mutter ist alleine. Und jetzt kommen so viele Regeln, Gesetze, so viele Verordnungen, so viel Scheiß, ist das eigentlich niemanden interessiert, außer irgendjemanden, weil er meint, in Deutschland die Welt retten zu können. Ich glaube, diese Leute haben keine Ahnung, was in der Welt eigentlich vor sich geht. Und ich sage das ganz bewusst so, weil ich nicht in Deutschland lebe. Was braucht es, um in diesem Chaos irgendwie fertig zu werden? Das ist nichts Schöneres als ein Kaffee am Morgen. Was brauchen wir, um im Chaos klarzukommen, bevor alles gegen die Wand gefahren wird? Und wir haben so viel, ich meine, ich bin jetzt 36, ja. Ich habe so lange so viele Wahlen schon miterlebt. Ich habe so viele Politiker kommen und gehen sehen. Ich habe so vieles gehört, analysiert, verstanden, studiert und so weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute werden immer älter und haben immer eine andere Hoffnung. Und irgendwie bleibt es immer gleich. Es kommt immer zum Alten zurück. Warum kann es nicht Politiker geben, die mal Werte haben? Werte. Nicht Wörter, Werte. 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 Leute. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die heutzutage Werte haben, ja, zum Beispiel Familie, rechts, konservativ, unmodern. Aber was ist denn die Alternative? Emotionen oder also so Gefühle in, weiß ich nicht, heute so übermorgen anders. Ich meine, das ist ja, es ist ja so, es ist ja ein ständiger Wandel im Wind. Es ist ja wie eine Fahne im Wind. Es ist wie ein Windrad. Wenn da irgendwas kommt, dann dreht es sich, woher kommt das Geld? Wo gibt es denn Leute, die noch heute Werte haben, die für ihre Werte einstehen und nicht sich dafür rechtfertigen müssen? Normalerweise wäre es ja andersrum. Normalerweise müsstest du Werte haben und nach diesen Werten leben können und ein, wie kann ich sagen, ein Leuchtturm für die Gesellschaft sein. Aber heutzutage ist es so, du bist ein Leuchtturm für die Gesellschaft, weil du denkst, du bist erleuchtet und hast irgendwelche Ideen, mit denen die Gesellschaft eigentlich voll vor die Wand gefahren wird. Das sehen wir jetzt ja. Und dann haben wir Leute mit Werten in Ländern, was wir eigentlich gar nicht wahrhaben wollen, wo wir das gar nicht sehen wollen. Und dann wird es schlecht gemacht, dann wird es schlecht geredet, weil es dafür kein Geld gibt, weil dahinter keine Agenda steckt und so weiter. Aber liebe Leute, lasst euch den Mund nicht verbieten, wenn du Werte hast. Ich meine, ich habe jetzt dann auch irgendwann gesagt, weißt du was, ich weiß nicht, wie viele Leute mir auf YouTube hier zusehen werden. Und ich weiß nicht, wie viel Reichweite ich jetzt hiermit erzielen kann oder nicht. Aber wenn irgendjemand oder wenn ich irgendeinen kleinen Tropfen, irgendeinen Gedanken dazu beitragen kann, dass diese Welt ein kleines bisschen besser wird, dann lass mich das machen. Ich verdiene damit kein Geld. Aber lass mich das machen und ich mache das sehr gerne und ich stehe für meine Werte ein. Und ich lasse mir den Mund nicht verbieten, egal wie freiheitsliebend andere Menschen sind. Was ist eigentlich Freiheit? Was ist eigentlich Freiheit? Liebe Leute, danke, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich wünsche dir, dass du ein Mensch von Werten und nicht von Wörtern bist. Oder dass deine Werte über deine Wörter, aber viel mehr über dein Leben hinaus an die Welt oder in die Welt getragen werden. In diesem Sinne, bleib gesund. Ganz liebe Grüße aus Mexiko. Genieß weiter meinen Kaffee. Trag dich gern für meine Newsletter ein. Abonnier den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wots Wots